Hast du da eine besondere Ader für sowas und wie hast du die Kinder dann gefunden, die da mitgespielt haben? Ja, mit Ballons arbeite ich schon lange, mit den ganz kleinen Modellierballons, Dekorationsballons und eben auch mit diesem großen Ballon, da packt man halt mal ein oder zwei Personen ein und ich hab einfach mal probiert, dann noch mehr reinzupacken und das hat geklappt, mit den Leuten eben speziell geklappt. Das sind alles Bekannte, die sich gut bewegen können, Tänzer, Akkombaten. Die gewohnt sind in Ballons, wir machen das jetzt hier. So, also, das sind die Kandidaten, das ist der Ballon. Naomi, alle in dem Ballon innerhalb von drei Minuten, ja oder nein? Nein. Nein, jetzt bockt sie. Tut mir leid. Wenn sie es doch schaffen, was machst du? Gegenwette. Ich würde stepptanzen. Stepptanzen? Ja. Stepptanzen, hier und heute, richtig. Jetzt bitte, Ralf, du sagst mir, wenn ihr soweit seid, ich sage auch gleich übrigens, wenn die ersten drin sind, müssen die hier mit diesem Föhn da Luft nachblasen, weil ja innerhalb des Ballons die Atemluft irgendwann rar wird, ja? Du hast einen Vorratschick, seht ihr auch? So. Du sagst mir, wenn ihr soweit seid, dann gebe ich das Kommando. Sie dürfen übrigens, wenn der Ballon klappen sollte, innerhalb der Zeit einen weiteren holen. Habt ihr noch einen? Gut. Ihr habt drei Minuten Zeit, also ein Ballon, wenn ihr euch eine halbe Minute dann neun holt, ist eure Sache. Zeit natürlich läuft weiter. Es geht los. Top, die Wette gilt. Die Zeit ist jetzt, zweieinhalb Minuten sind noch Zeit. 2 Minuten, 22 Sekunden. Und Kinder, ihr seht jetzt zu Hause ganz genau, wie das ist, wenn die Mami euch ein Zäpfchen liebt. Also, hinten rein und dann ist es drin. Wir blasen ein bisschen nach. Eine Minute, 57 Sekunden bleiben euch. Knappe zwei Minuten für vier Personen. Reicht. Sie kriegen wieder Luft. Und auf die Füße. So, und ja. Ah, oh, oh, was. Hängt an der Kniescheibe. Und drin. Komm, komm, komm. Eineinhalb Minuten für euch. Ich hab die Wette verloren. Das war's. Das war's jetzt. Und 1,19. 1,19 verbleibt an Zeit. Oh, oh, da oben. Oh, oh, oh. Köpfe runter. Mein Recht. Bleibt unten. Macht doch Platz. Eine Minute und sechs Sekunden. Noch 55 Sekunden. Noch 55 Sekunden. Noch 55 Sekunden. Die letzte Person. Noch eine Person muss rein. Köpfe runter. Köpfe runter. Rechts. Links. Halt. Noch 20, noch 25 Sekunden. Rechts. Kopf runter. Und sieh. Gut. Okay, ist dann. So, und. Achtung. ESS lament. Und sieh. Das war's jetzt. Das war's jetzt. uiab zum Einsatz waren. Vielen Dank.